hallo liebe sg fans heute ist wieder sg fanfreitag und wenn ihr ein handsignendes trikot von mir von der letzten saison gewinnen wollt müsst ihr folgende frage beantworten wie heißen die vier offiziellen fanclubs der sg einfach eure antwort in den kommentaren posten und mit etwas glück seid ihr dabei und könnt mein trikot gewinnen bis bald und